Und er kam zu seinen Jüngern und fand sie schlafend und sprach zu ihnen, Könnet ihr denn nicht eine Stunde mit mir wachen? Wachet und bittet, dass ihr nicht in Anfechtung fallet. Der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Zum anderen Mal ging er hin, betete und sprach. Mein Vater, ist nicht möglich, dass dieser Kelk von mir gehe. Ich trinke hinter, so geschehe dein Wille. Der Geist Der Geist Vielen Dank.